Was ist der einfachste, kostengünstigste Weg? Alle Daten, von denen Ihr Unternehmen abhängt, zu speichern und zu schützen? Sie können sich für normale, externe Festplatten entscheiden. Diese bieten allerdings keinen sicheren, zentralen Speicherort für die Sicherung wichtiger Geschäftsdaten von all Ihren verschiedenen Computern. Und sie ermöglichen Ihnen keine Freigabe von Dateien und Informationen über mehrere PCs hinweg. StoreCenter von iOmega bietet Ihnen eine intelligentere Alternative. Mit einer Familie von Netzwerkspeicherlösungen, die speziell für kleine Unternehmen, Zweigstellen oder Heimbüros konzipiert sind. StoreCenter-Netzwerkspeicherlösungen lassen sich einfach einrichten und einsetzen. Ein schnelles Einrichtungsverfahren in vier Schritten sorgt in sämtlichen kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerken in wenigen Minuten für ein laufendes System. Aber StoreCenter bietet außerdem eine einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und High-End-Funktionen, die Sie bei keiner externen Festplatte finden. Mit StoreCenter können Sie große Dateien schnell speichern oder darauf zugreifen, dank der Gigabit-Ethernet-Verbindungen und einer Hochleistungsarchitektur. Durch die integrierten RAID-Funktionen, die Unterstützung für unterbrechungsfreie Stromversorgungen und die preisgekrönte Sicherungssoftware Retrospect von EMC können Sie sämtliche auf Ihren Windows-, Mac- und Linux-PCs vorhandenen Daten umfassend sichern und schützen. Und Sie können StoreCenter verwenden, um Drucker freizugeben, Mediendaten auf andere Geräte zu streamen, Videos aus Überwachungskameras aufzuzeichnen und zu speichern und vieles mehr. StoreCenter-Netzwerkspeichergeräte bieten Ihnen sogar eine Unterstützung für Windows Active Directory, virtuelle VMware- und Xen-Server-Umgebungen und andere Features, die Sie üblicherweise nur in teuren High-End-Business-Speicherlösungen erwarten würden. Die StoreCenter-Produktfamilie beginnt mit 2 und 4 TB großen iX2 200-Netzwerk-Questplatten mit RAID 1-Unterstützung für einen erhöhten Datenschutz. StoreCenter iX2 bietet eine ideale Lösung für Heimnetzwerke und sehr kleine Unternehmensnetzwerke. Im nächsten Schritt bietet StoreCenter iX4 200D Ihnen 2, 4 und 8 TB große Netzwerkspeicherlösungen mit RAID 5 und RAID 10-Unterstützung für kleine Unternehmen mit etwas höheren Datenschutzanforderungen. Das StoreCenter iX4 200R ist eine kleine Rackmount-Lösung mit bis zu 8 TB Kapazität pro Einheit. Und abschließend bietet das StoreCenter iX12 300R Ihnen ein größeres Rackmount-System, das mit einer Kapazität von 4 TB startet und die Möglichkeit einer schnellen Erweiterung auf 24 TB pro Einheit bietet. Alle StoreCenter-Lösungen enthalten Technologie von EMC, einem der anerkanntesten und angesehensten Anbieter im Bereich hochwertiger Speicherlösungen für Unternehmen. Und alle StoreCenter-Geräte werden mit EMC Lifeline betrieben, einer robusten Speicherverwaltungsplattform, die das Speichern, Schützen und Freigeben Ihrer gesamten digitalen Inhalte erleichtert. Mit Lifeline können Sie sogar alle in Ihrem Netzwerk vorhandenen StoreCenter-Laufwerke an einem zentralen Standort überwachen. Und StoreCenter wurde natürlich von Iomega entwickelt, einem Unternehmen mit einer 30 Jahre umfassenden Erfahrung mit der Herstellung von Speicher, der schnell benutzerfreundlich und für Millionen von Menschen erschwinglich ist. Erfahren Sie jetzt mehr darüber, wie Iomega StoreCenter-Lösungen Ihnen bewährte Sicherungsfunktionen aus dem Bereich der Großunternehmen zu einem für kleine Unternehmen attraktiven Preis bieten kann.